So, ich hoffe man hört mich jetzt so. Ach, da unten steht es. Okay, alles klar. Entschuldigt die, ja, diese verzögerte Ansprache. Ich habe ein neues Programm ausprobiert, aber bevor wir darauf weiter eingehen, möchte ich euch erstmal begrüßen zum Bundesliga-Report. Ich habe mir überlegt, auf meinem Kanal vielleicht noch so ein zweites Projekt. Jetzt kommt ihr wieder mit, boah, was macht der denn so viel? Der hat doch schon für die anderen Projekte keine Zeit. Das ist schon möglich, aber diesen Bundesliga-Report möchte ich gerne jeden Mittwoch nur machen. Das heißt, einmal pro Woche, während meine Let's Plays ja jeden Tag versuchen werden zu laufen. Und, ja, ich habe mir überlegt, vielleicht jeden Mittwoch so ein kleines Bundesliga-Report. Wir fangen jetzt an mit dem 9.01.2019 und dann halt nächste Woche, denn sieben Tage später, sieben Tage später, werden wir dann mit dem nächsten Bundesliga-Report weitermachen. Und ich habe mir drei Meldungen rausgesucht. Ich werde ihnen meinen eigenen Worten wiedergeben. Werde euch natürlich versuchen, dort auch ein paar Bildchen zu bringen. Ich muss mal schauen, wie das hier mit dem ganzen Programm funktioniert. Ja, wenn nicht, überlege ich mir nachher was anderes. Vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie hin. Und ich würde sagen, wir fangen an mit der ersten Meldung. Ich habe ja noch zur Sicherheit mein Handy nebenbei zu liegen. Ich möchte natürlich euch nichts, was Falsches sagen, sodass ich das nach wenigstens lesen kann. Und, ja, ich würde sagen, wir fangen an mit The Zone. The Zone, jeder kennt hoffentlich The Zone, der Fußball interessiert ist oder generell Sport interessiert ist. Es ist eine Streaming-Plattform im Internet oder als App auch, wo ihr euch für 10 Euro im Monat anmelden könnt. Dort könnt ihr die NBA schauen, ihr könnt die NFL schauen, ihr könnt die Premier League schauen, die League 1 und die La Liga. Und noch viele weitere Sport, also Live-Sport, Spiele, Wettkämpfe. Auch Europa League und Champions League sind mit drin. Das ist halt für die, die keinen Bock auf Sky haben. So, ne, monatlich an Sky bezahlen ist auch. Und deswegen gibt es The Zone. Da kann man natürlich die ganzen Sport, Wettkämpfe und Spiele alle für 10 Euro im Monat sehen. Und The Zone kämpft schon seit, ja, seitdem sie etwas größer geworden sind. Aber es ist größer. Kämpft jetzt schon mittlerweile seit längerem um die Rechte, auch für die Bundesliga. Mittlerweile, also The Zone hat momentan halt nur wirklich, Entschuldigt. The Zone hat momentan halt einfach nur, sie können die Highlights von der 1. und 2. Bundesliga zeigen, 40 Minuten nach Abpfiff. Mehr aber auch nicht. Und sie würden gerne die Live-TV-Rechte für die Bundesliga haben, sodass sie halt natürlich auch die Bundesliga live auf The Zone streamen können. Thomas de Boer, der The Zone-Chef, wäre schon interessiert daran, gerne, dass die Bundesliga auch auf The Zone läuft. Problem an der ganzen Geschichte ist bloß, es würde ihnen 70 Millionen Euro pro Saison kosten für 45 Spiele. Und dazu müssen sie, die Kosten, die ihr tragt, werden dann um 20 Euro erhöht. Das heißt, jetzt hat er gerade 9,99 Euro pro Monat, sondern wahrscheinlich nur 9,29 Euro pro Monat. Und um die Kosten zu decken. Das möchte er aber nicht, weil er das mit diesen 9,99 Euro super findet. Und das spiegelt sich natürlich auch bei den Kunden wieder. Und ja, er muss halt natürlich schauen, was am Ende geht, was natürlich auch logisch ist. Und ja, das wäre auf jeden Fall ein großes Investment, was er da abgeben oder machen müsste. Aber wie schon gesagt, er ist davon überzeugt, dass das mit den 9,99 Euro weiterhin so bleibt. Und vielleicht kriegt er das auch in einer anderen Art und Weise, dass der DFL da vielleicht noch sagt, kommt, Leute, macht was draus. Ja, aber ich denke mal, das ist schwierig, weil heutzutage ist der Fußball so extrem Kommerz geworden. Ja, da kann man nicht viel machen, außer vielleicht die Summe zahlen. Oder man hat Glück und hat noch einen, ja wie sagt man, einen kompetenten DFL-Chef, der mit sich reden lässt. Ja, jetzt habe ich natürlich für euch, ich finde es ist die wichtigste Meldung des Tages. Deswegen packe ich es in der Mitte. Eigentlich müsst ihr zum Schluss kommen, aber da ist noch was anderes, was ich gerne ans Schluss ranhängen würde. Das könnte man gleich beides miteinander verbinden. Aber, oder? Ach nee, wir machen das zum Schluss bald. Entspannt euch kurz. Dann habe ich noch so eine kleine Randinformation. Sportbild hat sich auf den Weg gemacht und hat mit Paco Alcázar gesprochen. Der Stürmer, der von Barcelona nach Borussia Dortmund ausgedient ist. Ja, das ist ja wirklich ein Wunder, kann man sagen. Also so ein Wunderkind. Wirklich, er hat zehn Spiele als Joker getroffen. Er führt die Torschützenliste mit zwölf Toren an. Zehn davon, wie gesagt, als Joker. So, er kommt rein, schießt ein Tor. Er kommt rein und schießt wieder ein Tor. So, das ist natürlich krass. Also, ich weiß nicht, wann es das letzte Mal gab. Wahrscheinlich zu der Zeit, als ich noch zu jung war und das noch gar nicht so mitbekommen habe. Aber, ja, Paco Alcázar zieht hier richtig durch mit seinen Joker-Toren und führt die Torschützenliste verdient an. Selbst ein Robert Lewandowski ist nur hinter ihm und der spielt, ja, konstant, ne? Ja, und da haben die Leute von Sportbild sich mal gedacht, komm, wir fragen mal, was sein großes Geheimnis dahinter ist. Hm, gut. Großes Geheimnis kann es ja nicht sein. Also, entweder er hat den Zauberfuß oder einfach nur großes Glück. Ich tippe eher auf das Erste, dass er natürlich einen Zauberfuß hat. Ist auch ein guter Fußballer, muss ich sagen. Und, ähm, Dortmund hat ja die Laie mit Kaufoptionen. Ähm, ich denke, wenn Paco sich wohlfühlt und Dortmund sagt, also, wenn Paco sich wohlfühlt und sagt, er würde bei Dortmund gerne bleiben, dann sollte Dortmund wirklich die Kaufoptionen auch ziehen. Weil so ein Stürmer, der ist Gold wert. Ich meine, hier kannst du auf der Bank, das ist klar, wächst in der zweiten Halbzeit ein und liegst in Führung. Der schießt seine Tore, ist glücklich und er sitzt einfach auf der Bank und du kannst erstmal einen anderen Stürmer Spielpraxis geben. So, ja, natürlich, ähm, hat sich, äh, wird, äh, ihn jetzt mal gefragt und ich werde jetzt einfach mal Paco, ähm, zitieren. Ne, warte, ich werde nicht zitieren, ich werde es in meinen eigenen Worten übergeben. Also Paco sagt, dass er, ähm, nicht groß drüber nachdenkt, dass er jetzt aufs Spielfeld kommt, sondern, ähm, so als wäre er schon von Anfang an auf dem Spielfeld. So, und er möchte natürlich, ähm, Tore schießen und der Mannschaft zu helfen, ja. Er will natürlich Tore schießen und der Mannschaft zu helfen und das ist so, ähm, seine, ja, das ist so sein Geheimnis. Weißt du, diese, diese, diesen beiden, dieser beiden Gedankengänge, die ihm dann durch den Kopf schüren, ähm, werden dann natürlich um die Tat umsetzen und das funktioniert ja auch in den letzten Monaten wirklich sehr gut. Wie gesagt, zehn, zwölf Tore und, äh, zehn davon, äh, als Joker. Krass. Ähm, er ist auch überrascht, mit welcher Leichtigkeit er die Tore, also, dass er die Tore mit so einer Leichtigkeit schießt, so was ich voll nachvollziehen kann, so, ne, wenn jemand kommt zum Spielfeld, gehst du einmal nach vorne, bam, Tor. So, wer würde das nicht gerne, wen würde das nicht freuen, ne. Und, ähm, ja. Soviel dazu, also, ähm, was man noch dazu sagen muss, ähm, er blüht in Dortmund wieder auf, sagt er auch von sich selber, ähm, und ich denke mal, das ist ein gutes Zeichen, so, ähm, weil ich finde, wenn, wenn ein Spieler sagt, er blüht in dem neuen Verein auf und er ist ja momentan nur geliehen, so, wenn er schon bei der Leie aufblüht, wie soll das erstmal sein, wenn er dann auf einmal richtig fest mit Vertrag, fünf Jahre, weiß ich nicht, vier Jahre oder sonst was, mit festem Vertrag drinne steht, ne. Also, das ist wirklich schon, ja, krass. Und, ähm, würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn er dabei bleibt, natürlich bei Dortmund, so, das wäre natürlich auch megageil für die Bundesliga. Und, ähm, ja, so ein Torschützen sollte man auf jeden Fall halten. Denken Sie drüber nach, Jörg Watzke. So, kommen wir nun zur letzten und zur spannendsten Meldung. Ähm, und, ähm, ja, da haben wir einmal, ähm, den Bayern-Vorstandsvorsitzenden, ähm, oh, ich kann den Namen immer nie aussprechen, Salimowitsch? Sam, ja, Salimowitsch, oder Salimowitsch, ich, tut mir leid, wenn ich die falsche spreche, korrigiert mich gerne in einer Sprachmemo, haha, nein, egal. Ähm, ja, der Pavard-Deal ist, äh, fest. Ähm, Pavard wechselt vom VfB, der 22-jährige Verteidiger, Benjamin Pavard, wechselt vom VfB Stuttgart zum FC Bayern, der ja letztes Jahr mit den Franzosen Weltmeister geworden ist. Und, ähm, also, für eine satte Summe, was so eine WM alles einbringen kann. Wollt ihr das wissen? 35 Millionen Euro. Ja, damit ist der Deal fix. Pavard spielt ab Sommer, glaube ich, am 1. Juli 2019, fünf Jahre lang beim FC Bayern spielen. Und, ähm, ja, das hat Salimowitsch gegenüber der Braco mitgeteilt. Ähm, da sind auch noch andere Gerüchte im Umlauf. Ähm, angeblich sollen die Bayern wohl auch an dem 18-jährigen Kalium-Harzen-Odoi dran sein. Das ist, ähm, ich glaube, der ist Mittelfeldspieler. Auf jeden Fall spielt er bei Chelsea, 18 Jahre jung. Und, ähm, ja, ich zitiere mal, was Salimowitsch gegenüber der Braco sagt. Über Hatzen-Odoi. Ähm, ja, Salimowitsch sagt, Zitat, er ist ein sehr interessanter Spieler, den wir unbedingt verpflichten wollen. Er hat Qualitäten, die zu unserem Spiel passen. Er ist dribblingstark, schnell und hat einen guten Zug zum Tor. Aber, ja, dabei würde ich mich festlegen, dass er, denke ich, immer Mittelfeldspieler ist. Weil er, ja, auch Mittelfeldspieler haben natürlich einen guten Zug zum Tor. Und, ähm, ja, er schwärmt auf jeden Fall von Hatzen-Odoi. Und, ähm, ja, mal schauen, was es draus wird. Ich habe nämlich gerade eben eine Meldung gesehen von Sportbild, ähm, dass sogar Hatzen-Odoi von den Bayern schwärmt und an den Bayern interessiert ist. Ja, also das könnte natürlich, ähm, noch spannend werden im Laufe der Zeit jetzt. Dann spricht er auch über Innenverteidiger Hernández. Ähm, da stand ja auch mal das Gerücht im Raum, dass sie Bayern Hernández haben wollen. Oder zumindest haben sie es auch gesagt, dass sie den Namen haben wollen. Aber ich bin der Meinung, ich habe gelesen, dass Hernández momentan glücklich ist bei Atlético und er dann noch unter Vertrag steht. Übrigens, Hernández ist, ähm, der Innenverteidiger aus Frankreich und hat neben ein paar Wagen gespielt. Das heißt, die Bayern würden sich da gerne eine französische Mauer hinten neu aufbauen. Ja, ähm, ich kann ja mal kurz zitieren, was Salimovic gegenüber der Braco über Hernández sagt. Das ist ein interessanter Spieler, der bei Atlético Madrid spielt. Wow, das wissen wir momentan alle. Aber, äh, etwas vom Krieg ist ja jedoch nicht zu vermelden. Mal schauen, was möglich ist. Also, wie ihr seht, ähm, die Bayern, ähm, hängen da weiter dran, auch weiter dran. Gucken natürlich, was möglich ist, wenn es zulässt. Ich denke mal, werden sie die Kaufoption ziehen. Zumindest erstmal die Laie vielleicht. Und, ja, wenn sie alle drei bekommen sollten, dann werden wir mal schauen, was die Bayern daraus zaubern. Ja, dann steht da drin, dass er zum Totalausraster von Franck Ribéry sich nicht äußern möchte. Er sagt halt einfach nur, Zitat, es wird wahrscheinlich das letzte Jahr von Franck. Belassen wir es dabei. Also, anscheinend wird Franck Ribéry nur noch diese Saison bei Bayern München spielen. Und, ähm, ja. Was genau vorgefallen ist mit Franck, also für die, die es nicht wissen, ne. Ich will jetzt natürlich auch nichts Falsches sagen. Was Falsches sagen. Kennt ihr alle diesen, ähm, speziellen Fleischer? Diesen, diesen mit dem speziellen Salzstreuerarm hier? Ähm, dort haben ja schon viele Stars gegessen. Darunter auch Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Und letztens war Franck Ribéry da, ähm, der dort für 1.290, ähm, abu-darbische, ähm, die, ja, von abu-darbischen, ich weiß jetzt, wie die heißt, die abu-darbische Währung. Abu-darb, nee, Dubai, Dubai, die Dubai-Währung, ähm, 1.290, äh, 290, das sind umgerechnet 290 Euro. Also er hat sich für 300 Euro ein vergoldetes Steak gekauft. Ja, daraufhin hat er ordentlich einen Shitstorm, ähm, geerntet und, ähm, ist denn mal ordentlich ausgerastet. Hat dann erstmal gesagt, ich fick eure Familien, ich fick euren Stammbaum. Ja, Antipathie, nennt mich Franck Ribéry, würde ich sagen. Also, das war mal ein, ähm, guter Ausraster, der sich natürlich gewaschen hat auch. Jetzt alle natürlich ziemlich ärgern haben, halt, die Bayern, ähm, wollen ihn natürlich raus haben jetzt, wie gesagt, sein letztes Jahr jetzt laut Salimovic. Und, ja, mal schauen, ob er denn seine Karriere an den Nagel hängt oder ob er denn sich woanders verpflichten lässt. Aber ich denke mal, viele Vereine werden natürlich auch an Franck interessiert sein. Was ich dazu sagen soll, also ich würde ja gerne zu jedem ein Statement geben, aber zu dieser Nachricht, die habe ich jetzt so spontan aus, so, ich gebe es wirklich, aber ich habe es jetzt nur spontan mit in dem Video mit eingebracht, weil ich es jetzt da gerade gelesen habe. Aber, ja, ich kann dazu nicht viel sagen, so, ähm, ich weiß nicht genau, was gesagt wurde und, ähm, ja, dabei belasse ich es. Wir werden sehen, was die Zukunft für Franck bringt und, ja, aber die anderen drei Nachrichten davor, die waren jetzt für die Woche so erstmal wichtig. Ähm, es kamen jetzt zwar wieder ein paar neue dazu, aber, ähm, ich weiß nicht, ich hätte vielleicht bis Sonntag oder so warten sollen. Ja, müssen wir mal schauen, wie ich das Format weiterhin mache, weil ich sehe noch ein paar andere Sachen, die jetzt aber nicht so, ähm, ja, höchstens nur noch das, ähm, Antonio Rüdiger, also der Teamkollege von Hudson-Odoi, ähm, der hat ja gesagt, dass Hudson-Odoi über den Bayern-Wechsel nachdenkt und, ähm, ja, soweit, ja, die anderen Nachrichten sind jetzt erstmal nicht so wichtig. Ja, dabei würde ich es jetzt belassen und, ähm, ich würde es dann, ähm, würde nächste Woche wieder was aufnehmen und, ähm, vielleicht schauen wir mal, dass wir vielleicht einen anderen Termin finden, dass ich sage, okay, komm, wir machen das so, so und dann, ähm, an dem und dem Tag, dass wir wirklich, ähm, falls jetzt noch eine wichtige Nachricht kommt. Aber wie gesagt, wie ich vorhin schon am Anfang gesagt habe, sollte eine wichtige Nachricht kommen, werde ich mal schnell in drei Minuten ein Video reinschmeißen, wo ich darüber reden werde. Ich meine, das dauert nicht lange so, ne. Wenn es jetzt hier gut werden sollte mit dem, mit der, mit meinem Power Director hier, dann würde ich auf jeden Fall hier drüber meine, ähm, Nachrichten machen und weiterhin über mein Aufnahmegerät meine Let's Plays aufnehmen. Ja, ich weiß nicht, wenn euch das Format gefallen hat, ähm, dann lasst auf jeden Fall gerne Daumen nach oben da, das würde mich mega freuen. Ähm, wenn ihr es weiterhin, äh, beibehalten wollt, das Format, dann kommentiert bitte endlich mal. Schreibt in die Kommentare, ja, Erik, macht weiter, es ist wirklich interessant und, ähm, ja, also, mir macht es auch mega Spaß, darüber zu reden und wenn es natürlich euch genauso anspricht, dann würde mich das auf jeden Fall mega freuen. So, ähm, ich würde sagen, damit ist unser Bundesliga-Report für heute beendet. Ähm, wir sehen uns dann nächsten Mittwoch wieder um dieselbe Uhrzeit. Haha, viel Spaß, aber zumindest sehen wir uns nächste Woche wieder zum Bundesliga-Report. Mal gucken, was denn in der Woche noch passiert, worüber wir berichten können. Ähm, und, ja, dann würde ich sagen, bin ich hiermit raus. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, viel Spaß bei dem Video, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss, bis dahin.